Hallihallöle, alte Möhre, da springen wir doch gleich mal rein. Du sagst echt das gleiche? Ja, war jetzt so lustig. Nein, überhaupt nicht. Ist voll und nervig. Okay, komm mal. Match kommt Matt jetzt. Matt! Matt! Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Er muss ihn haben. Er muss ihn haben. Nein, nein, nein. Ja, ich weiß nicht, wieso es auf einmal jetzt so krass ist. Wie dead. Rip. Ich finde, er sieht immer noch aus wie Eugene. Ist ein bisschen ja. Und du so, hä, was ist mit ihm passiert? Ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt. Oh, nevermind. War ein bisschen extremer. Wo hast du denn heute deinen Kopf gelassen? Der ist ja süß. Die Szene hatten wir nicht. Das stimmt gar nicht. So nah war der gar nicht dran. Voll gelogen und so. Suchen wir das Versteck des Bastards. Äh, Entschuldigung. Äh, Josh. Ach ja. Die suchen ja Josh für den Schlüssel. Für den Schlüssel. Aha, stimmt. Naja, sie brauchen ihn noch nicht lebendig. Reue. Komm, nur noch eine Stunde. Was passiert das? Was passiert das? I need you to need you to morgen. Was passiert am Morgen? Alter, diese Staubpartikel da überall. Das ist einfach nur eklig. Das sind, das sind Orbs. Das sind keine Staubpartikel. Die? Oh mein Gott. Was? Ich habe mich vor der Decke erschrocken. Aha. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt vorhelfen. Gar nicht. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich... Ich frage mich, was sie ihm... Oh, okay. Ich frage mich, was sie dem... Es ist ja wahrscheinlich nach echten Menschen nachgestellt, die Gesichter. Was sie ihm erzählt haben. Ja, du bist so ein Psychologe, der aber eigentlich nicht... Psychoanalytiker. Ja. Der aber eigentlich nicht wirklich da ist und ja, hast du Bock? Aber wir wissen nicht, ob er wirklich da ist oder nicht. Ich denke, es ist eine Einbildung. Ich denke, es ist eine Einbildung. Du verbünden kleinen Barks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Sagen gerade nicht so aus, dass er da ist. Mann, Alter. Du hast sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Oh, Mann. Ich würde den mal gerne spielen. Oh, nee, nee, Moment. Sein Stuhl sah gerade aus wie ein Gebiss. Wenn man ihn... Guck mal gleich, wenn man ihn nochmal sieht. Kommt man bestimmt nicht noch mal. Nein, ist immer so. Alter, seine Mimik ist manchmal so merkwürdig. Ein bisschen extrem. Tief! Wo geht er hin? Tschüss, Bro. Du bist jetzt alleine. Oh, bitte nicht ihn spielen. Bitte nicht ihn spielen. Mann, sein... Oder Jakob? Schläfst du noch? Beth? Schläfst du noch, wir sind hier locker, wir sind hier locker, wir sind hier locker, da hat jemand den Verstand verloren. Ach ja, stimmt, das ist ja deren Bruder. Ihren Bruder. Äh, der Bruder von ihnen. Hau ab! Nicht schon wieder, sagt er. Ja, dann ist er wahnsinnig geworden. Nein, ihr seid tot! Ihr seid tot! Seid still! Krass, das sind zu viele Untertitel auf einmal. Oh nein! Ihr seid tot! Alter, die Kamera macht mich voll fertig. Und dieses Leuchten in den Augen ist manchmal so merkwürdig. Ein bisschen extrem. Oh, oh mein Gott, nein! Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir das zu befehlen. Okay, Lunger, ruhig dich. Ist das nicht so frem geworden? Ich weiß nicht, ich frage ihn. Josh, wir müssen reden. Dead love. Ich vertraue euch. Rude. Die Zeit ist... Hey, wir spielen Josh. Ja, total süß, lustig. Ich habe nicht meine Taschenabendur. Aber dieses Outfit, er sieht einfach aus wie so ein Sack. Äh, die ist ja... Du bist nicht real. Nein, 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 nicht dabei. Äh, okay. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Familie. Geht weg von mir! Geht weg! Okay, vielleicht solltest du nicht in diese Richtung laufen. Ich bin gerade in die andere Richtung. Bist du nicht? Bin ich nicht? Nein, bist du nicht. Ah, bin ich nicht, alles klar. Schwör mal. Geh jetzt nicht da lang. Ja. Ich glaube, das ist egal, wo ich langgehe. Nein. Kann da nicht lang. Geh mal zu dem Glibberzeug. Durchsichtige Wand. Ich bin zum Glibberzeug. Was? Oh, alles in der Welt. Oh, ein Schwein. Ja, ein Schwein. Wow. Jetzt hat er mich irgendwie an, äh, äh, Shihiro-Sreis in Sabanland. Nee, Quatsch. Oh mein Gott, es wird gerade eklig. Findest du? Ja. Was ist das denn jetzt? Immer noch Hannah und Beth. Okay. Oh, no, no, no. Oh mein Gott. Sweet. Ist aber süß. Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe. Warum tut ihr das? Hast du uns nicht gewettet? Ich war eh schon tot. Oh, guck mal. Mein Gott. Nein. Ich hasse mich so verkniffen. Man macht keine Witze über tote Menschen. Nicht? Nein. Oh mein Gott. Du bist aber ein süßer Röger. Hallo, Mama. Deine Mama oder deine Mama? Deine Mama. Okay. Okay. Das war jetzt interessant. Das war interessant. Wow, bitch. Frech. Was? Du. Warum? Dein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Nein. Wow. Die ganze Zeit war nichts. Und jetzt. Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Kommt, wie zaghaft er es jetzt macht. Ganz schnell. Hört keiner. Wenn ich es ganz schnell mache, dann hört es niemand. Langsam ist mir Mike übrigens sympathisch. Mir nicht. Weil er nicht mehr so duschi ist. Immer noch eine Duschbag. Aber er hat sich mit einem Wolf angefreundet. Das ist das einzig Gute, was er in seinem Leben hinbekommen hat. Er hat eine Taschenlampe. Warum geht er nicht vor? Weil sie ihr Arsch. Nein, sie hat doch auch mit. Oh, komm. Leuchte mich auf den Puh. Du, du, du. Da liegt was. Da liegt noch mehr. Hm, rechts. Rechts? Zurück. Ich gehe rechts. Da ist ein Totem. Ein Totem. Ist es ein Totem-Totem? Ein? Sieht aus wie ein... Äh, weiß. I don't even know. Oh. This Hütte is on fire. Glückstotem. Ach, ein Glück. Mensch. Ein Glück, dass die Feuer brennt. Hätte. Was? Morat? Ich habe keine Ahnung. Wo will er denn hin? Muss ich nicht. Mann, könnt ihr mir nicht sagen, was ich da mache? Ich wollte erst weiterlaufen. Warum schreist du denn so? Weil ich es kann. I, seit wann ist ihr Bein so abgefascht? Wo war es wie? So, so, so blutig. Äh, weiß nicht. Frag sie doch. Äh, Sam? Ich habe da mal eine Frage. Wow, sie ist keine fünf Minuten da drin und sagt, ich spüre meine Finger nicht mehr. Das ging schnell. Das muss ja sehr kalt sein. Ja. Ist das dann schlau? Mir ist kalt. Ich habe kalte Finger. Ich nicht. War meine Finger. War, war harme Finger. Wahrscheinlich, weil der Controller dich wärmt. Ich wäre bei den Controller. Vielleicht wärmt euch gegenseitig. Kann man da gucken? Hallo. Oh, ja. Da läuft was. Siehst du das? Nein. Wo denn? Wo? Ich sehe es nicht. Ah, hm. Wo denn? Boah, Alter, der Strahl von dieser Taschenlampe ist einfach überkrass. Von Mike. Oh, wow. Alles klar. Ging nur raus. Wie, 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 wie hat sie das? Magic. Ist sie sauber? Macht das? Ja, hey. Wenigstens etwas. Ja, ihr weint es. Aber kaputt. Boah, Alter, jetzt leuchtet ihr Arsch noch mehr. Oh, ja, der das. Oh, shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Äh, meine Klasse. Hä? Oh, Hennas hat überlebt. Noch. Dann nicht mehr. Ich war noch nie so hungrig. Oh. 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 Sie hat wahrscheinlich Beth gegessen. Mmh. Stimmt. Ja. Okay. Oh, dann lebt Hennas noch. Als Venigo. Fucking Sherlock Holmes-Style. Scheiße. Mir ist kalt. Ihhh. Eww. Kein Schmerz. Oh ja. 33 Tage, wow. Hunger, Hunger, Hunger. So viel gekrakelt ist das nicht? Nö, nur ein bisschen. Ich kann es auch noch erkennen. Hunger, Hunger, Hunger. Und? Was heißt das? Sie hat sie getötet? Sie war doch schon tot. War doch schon tot. Ich weiß nicht. Bist du blöd? Kannst du es lesen und überleben? Ich weiß nicht, Michael. Ihr musst es eine Antwort geben. Michael, jetzt. Wie wär's, wenn ihr einfach mal abhauen würdet? Ruhig dich. Aber sie haben damit ja nicht angefangen. Ich meine, es gab ja vorher schon Wendigos, weil der Typ ist ihnen ja gefolgt und wollte ihnen helfen, oder? Ja. Ich meine, Eugene. 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 Kannst du ja nicht, ne? Nee, fremder Stand da nur. Muss ans Wasser zurück. Ja. Geh weg. Nee, ist es der Berg, der die Leute dazu bringt? Ja. Also, der die Leute dazu verwandelt, nachdem sie Menschen gefordert hat. Genau, und sie hat ihr dann unten erstmal ihre Schwester verhastet. Vor allem, am welchen Tag hat sie sie gegessen? Am 30. Was ist denn? Okay, dann war Beth schon nicht mehr gut. Dann war sie schon nicht mehr so frisch. Ich meine, ich kenne mich mit der Verwesung von Leichen nicht auch, aber ich glaube so nach 30 Tagen, selbst bei der Temperatur. Wie hat sie was abbekommen? Leichenstarre. Oh, guck mal ein Chip. Nee, Leichenstarre löst sich ja nach einer Weile wieder. Ach echt? Ja. Das wusste ich nicht. Du. Man stirbt, man ist beweglich, dann kommt die Totenstarre und dann kann man sich und dann kann man sich wieder bewegen. Das ging auch mit. Oh, was ein Erlebnis. Auf zur Arbeit. Ich komme zu spät. Du fällt schon die Hälfte des Gesichts runter. Hey, du stinkst. Was? Wie unhöflich. Aber nein, nach einer Weile kann man sich wieder bewegen. Ja, Menschen wieder bewegen, die tot waren. Waren. Wahnsinn. Du machst es nicht besser. Ist okay. Lass es einfach. Okay. Oh, oh. Man, ich baue mich gerade am Arm kratzen. Entschuldigung. Aber die Nägel sind immer noch nicht. Oh, ein Kopf. Hallo Beth. Nee, ist das. Judin. Judin? Jessica. Oh. Oder ist doch Jessica. Warum sollte Jessica auf einmal geköpft sein? Das war da gerade Jessica. Nur weil es blond war? Okay, es ist da. Schrei doch nicht so. Oh Gott. Das übelste Trick mich. Und wer ist das andere Ding? Ich habe den übelsten Trip gehabt. Kannst du mir mal helfen? Ich fühle mich so kopflos. Ich fühle mich so kopflos. Oh, das ist Hannah. Ja. Hannah hat keine Ahren mehr. Hannah kann schwimmen. Konnte sie vorher nicht? Nein. Oh, das ist doch Eugene gewesen. Der ist super schnell. Leichen. Da ist Hannah. Oh, guck mal, wenn vielleicht noch mehr Leute gestorben wären, hätten vielleicht noch mehr Leute da gehangen. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist schlecht. Jetzt erst. Mann, er hat sie doch schon tot gesehen. Aber nicht ohne, aber nicht so kopflos. Mann, Sam, halt die Fresse. Ich habe was gesehen. Das Josh, oder? Mann, warum gucken die da durch? Weil er Josh. Guck mal, die Nägel on fleek. Josh. Können wir Nigos reden? Weiß ich nicht. Oder können sie nur... Nein, nein. Ihr könnt mir nichts befehlen jetzt nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Entschuldigung. Okay. Ich vertraue euch. Wem? Ich vertraue euch. Wem? Ja, wem? Ja, Hannah und Beth. Ach so. Also hat er jetzt doch wieder Befehle angenommen, oder was? What the fuck? Josh! Mike? Josh! Hey Mann! Ich schlag mich nicht. Bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weg. Es sieht so komisch aus. Völlig weg. Josh! Hannah war hier unten. Wachen. Einen Monat. Gut. Was? Oh, ich hab gar nicht... Ja, und mit diesen Worten... Oh Gott. Oh, der Armin, er tut mir jetzt echt langsam leid. Okay. Er ist voll weg, nachdem seine Schwestern wahrscheinlich gestorben sind. Dass deine Schwestern tot sind. Ich tu gut Deutsch. Wir sehen uns beim nächsten. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten. Tschüss. Warum guckst du so komisch? Ich gucke aufs S. Welches S? Das. Ach, das S. Das Buch S. Okay, cool. Bye. Ja, okay. Ich gucke aufs S. Ich gucke aufs S.